Hallo Ladies and Gentlemen, lieben Sie Eigentumswohnungen und wenn diese noch in Florida an einem traumhaften See liegen mit einer Wasserfontäne, dann ist es nur noch wichtig, was kostet diese Eigentumswohnung. Sie werden es nicht glauben, die in diesem Film gezeigten Eigentumswohnungen haben einen Preis von ca. 50.000 US-Dollar. Danke für das Anschauen dieses Films. Mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.